So ihr Lieben, kleiner Ausblick für die nächste Woche. Ich habe Kontaktgleise bestellt, weil wir wollen als nächstes Katze. Nichts kaputt machen. Die fühlt sich bei mir wie Godzilla-Katze. Alle Häuser sind klein, alle Autos sind klein, alle Menschen sind klein. Sie ist die allergrößte. Aber um beim Thema zu bleiben, wir werden uns Kontaktgleise anschauen, sodass man auf einem Oval mehrere Züge gleichzeitig fahren lassen kann und sie mit Hilfe von Signalen nicht miteinander kollidieren. Bis nächste Woche, habt eine schöne Zeit. Macht's gut!